Ja! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games. Mit dabei ist die Sunny, eventuell. Ja, ich bin dabei. Okay, der miefige Stevige. Ja, doll weniger. Ja, hallo. Und der blaisige Herrige. Hello! Hello, my friend! Want a cup of tea? Oh yes, ma'am, of course! Wir spielen wie immer hier auf The Hoof. Nee, gar nicht wahr. Wir spielen auf MCSG. Was ist das? Ist der Hive, ne? Off? Nein, offiziellen. Die offiziellen! Die offiziellen, äh... Drecks-Server. Ja, äh, ich bin nicht dabei. Ich geh raus. Boah, es leckt. Ich muss weg, es leckt. Ich hab zumindest ne Goldene Krone gekriegt und zwei Äpfel. Da ist der Blaze. Ich renne mit dem Blaze her. Der rennt. Warum rennt der hin? Der ist rausgerannt, weil da drin einer mit dem Schwert war, ne? Echt? Ja. Egal. Und da mach ich mir ins Höschen. Uuuuuh. Aber wo Höschen? Ich hab gerade eine gefunden. Jetzt hab ich ein Höschen und ein Krönchen. Ich möchte Prinzessin werden. Bist du die Prinzessin Sophie? Brauch ich das direkt. Ne. Cindy. Aus Marzahn. Ich hab ne Angel. Ich hab auch ein Höschen. Wenn jemand ein Höschen braucht. Ich würd gerne mal eine Kiste finden. Ich hab schon drei gehabt. Ich hab noch gar keine gehabt. Ich hab ein Crafting-Table. Interessant. Brauch ich nicht. Ich hab ein Eisenbahn. Warum hab ich nicht mehr? Merken wo der Crafting-Table ist, als würde ich mir das irgendwann merken können. Gut. Wer ist denn da in dem Häuschen? Wer ist denn da in dem Häuschen? Irgendeiner. Könnte ich sein. Nein. Waren nicht hier auch in den Autos mal irgendwo eine Kiste? Ich hab keine Ahnung. Was weißt du denn? Nix. Nix. Da hinten ist einer mit ein Schwert. Ich drehe wieder um. Tschüss. Bin das nicht ich? Hast du ein Schwert da hinten? Ja. Ich springe gerade. Okay. Dann willst du das. Hast du zu welchen Eisenbahn? Äh. Vielleicht. Das heißt jetzt ja auch mal. Ich hab ein Holzschwert für dich. Hast du einen Eisenbahn? Ja. Dann gib mir den. Ich hab sogar zwei. Dann gib mir einen. Kommst du mit? Oder willst du hierbleiben? Bist du hier im Crafting-Tierbe? Hey, ich muss suchen. Ich brauch auch noch einen Eisenbahn. Okay. Ich hätte noch einen. Ich geh zurück zu dem Haus, wo mein Crafting-Tierbe war. Das war irgendwo da hinten. Das anziehen, das anziehen. Shit, da hat jetzt irgendjemand gerade gestorben. Das ist nicht so gut. Ähm, den hab ich gerade gekillt. Okay. Hat der dazu verlegt noch einen Eisenbahn? Oder zwei? Oder drei? Leider nicht. Ah, da ist einer. Und ich glaub, der hat ein Eisenschwert. Das war das Haus da. Besser mit mir gekommen, Blaze. Ja, ich komm schon in deine Richtung. Kein Stress. Ich bin in einem weißen Haus. So, hier war doch irgendwo. Da geht's hoch. Crafting-Table. So. Eisenbahn. Ja, komm zu mir. Ich komm zu dir. Ja, komm zu mir. Komm zu dir. Printe. Komm zu mir. Weißes Haus. Weißes Haus. Ich bin ja schon weggerannt, jetzt musst du sagen. Wo ist denn das weiße Haus? Weißt du, durch das Haus, wo wir am Anfang durchgerannt sind? Da musst du durch. Ich sehe nur ein graues Haus. Ja, weiß-grau, was auch immer. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Ich such dich mal. Weißes Haus. Du bist auf der Straße? Bin auf der Straße, ja. Okay, bist du bei welcher Autofarbe? Grün. Ach, da hinten bist du. Bleib mal, spring mal. Ja, okay, das bist du. Bleib mal, stopp, stehen bleiben. Du musst hier durch. Komm her, komm mit. Komm. Kannst du auch da im Haus vorbeigeben. Wo sind sie denn? So, hier das weiße Haus. Aha. Und zwar hier hoch, die Treppe. Wow. Die Treppe hier hoch. Dann ist der Crafting-Table da oben. Jut, ne? Äh, Stick und zweimal Eisen. Hast du noch Schuhe? Äh, ja, Lederschuhe. Ja, dann besser als nächstes. Ach so, du bist oben, oder wie? Ja, ich bin auch hier oben, ja. Ich hab dich verteidigt. Voll die gute Schwerter und voll die scheiß Ausrüstung. Jupp. Wenn ich jetzt ein Crafting-Table finde, hab ich auch ein Eisenschwert. Wo bist du denn? Dann losst du dich zum Crafting-Table hin. Beziehungsweise in der Mitte ist doch einer. Na komm, dann wir beide gehen in die Mitte und verteidigen dich. Jo, ich komm sofort, kleinen Moment. Bist du noch bei mir, Blazins? Ähm, knapp hinter dir. Äh, knapp. Schon 30 Quadratkilometer hinter mir irgendwo. Hast du die Kiste mitgenommen? Nein. Und, war was drin? Äh, Essen. Ich hab drei Schlüssel, geil. So, jetzt den Ausgang finden, dann könnte ich auch nie in die Mitte kommen. Alex, was angelst du da? See Rosenblätter. See Rosenblätter. Alles leer, oder, Blaz? Ich denke, ja. Jupp. Dauer noch ein bisschen, bis mir Sonne untergeht. Ich hab ein bisschen Angst hier. Warum, wir sind zu zweit? Ich hör mal auf zu Angeln. So, ich komm in die Mitte. Aua! Aua. Gott, der erschreckt mich doch nicht so. Der hat was angewissen, der hat was angewissen. Hm, ein Blaz. Komm, da hoch. Komm, schläfst du da rauf? So, da hoch? Nee, das ist zu hoch. Nee, das ist alter Blöcke. Das Backbettel ist zu hoch. Das ist zu hoch. Seid ihr in der Mitte? Ja. Gott sei Dank, ich werde verfolgt. Wo bist du von, wo kommst du? Hinter dir. Ach da. Ah, da. Da kommt gleich irgendwo einer. Mit einer Eisenrüstung. Nehmen wir. Ich hab ein Eisenschwert, das ist mir egal. Siehst du wen, Rosenblätter? Nee. Aua. Hier, in der Mitte, Mitte, Mitte. Komm, rechts. Ich eile. Aua. Sollst du nicht mich abschießen? Uh, na gut, dann holen wir uns ihn jetzt mal. Schießt nur mich, du, Hamster. Oder wer schießt da auf mich? Der ist. Wer ist gestorben? Wer? Der andere. Ruther, du hast ein paar Pfeile in dir. Ja. So kann es gehen, ne? Ich hab alle in der rechten Hand. Ich hab zwei Eisenschwerte und ich hab noch zwei Eisenbrachen. Aber keinem hat Eisenausrüstung aus der Rasse. Die hab ich grad gekriegt, ja. Ich könnte mir ein Vorherzeug machen. In der Mitte ist einer. Da sind zwei. Wir kommen links. Links hier ist einer gelaufen. Ja, ich hab's gesehen, der ist weggerannt. Ja, da läuft einer. Da sind mehr. Ach du Scheiße. Das sind drei, vier. Ja und? Wir sind auch drei. Oh, bleh. Mies. Ich gucke mir die linken. Nee, haben wir schon angeschossen. Den kannst du dir holen. Hab ich. Da kommt noch einer rein. Irgendwo. Glaub ich. Oh Leute, der hat mir noch einmal zuschlagen. Bis dann ist er wieder tot gewesen. Scheiße. Wir kommen wieder raus. Wo seid ihr? Also wir sind hinter dir im Haus. Ich hab nur ein Herz gerade. Da habt ihr Eisenrüstung oder sowas. Gegenüber ist auch noch einer. Hast du da immer noch eine Eisenbrust jetzt gerade? Ich hab die irgendwie. Ausnahmsweise nicht. Du hast sie gerade aufgehoben. Ach ja. Nee, das war die von den anderen vorhin. Ja, ja klar. Die lag hier. Und ich hab sie. Schmeiß doch alles in die Kiste rein. Tun sie alles wegschmeißen hier. Stimmt eigentlich. Wie viel braucht man für eine Brust? Acht, ne? Hat jemand Eisenbarren noch? Nein, aber zwei Goldbarren. Ich hab vier Goldbarren. Ich hab 48 Pfeile. Was braucht man, um Pfeile zu machen? Gib mal mal ein paar Pfeile, bitte. Flint, Sticks und Federn. Tu einfach mal ein paar andere Dings. Flint, Sticks und was? Und Federn? Jep. Hab ich alles. Du brauchst noch Federn, hab ich noch 25. Ne, ich hab 40 Stück. In der Tour sind 22 Pfeile. Der Dunkel ab in die Mitte. Hab ich mir genommen. Oh, du hast sogar die Brust rein getan, wie ich dir gesagt habe. Also irgendwo war da gerade noch einer. Blaze, was hast du für eine Ausrüstung? Komm mal her. Leder. Komm her. Und eine alte Hose. Da ist einer hinten. Ja, Moment. Ich komm. Kleiner Moment. Der hat nur eine Steinachse. Loll. Kriegst du den? Ne. Wie ne. Der rennt zu schnell. Geht da nicht schnell in die Schuhe an. Und vor allem leckt er. Eigentlich müsst ihr die Mitte verteidigen, oder? Ja. Aua. Depp. Aua. Wieso? Der hatte bei mir auch schon Lief. Das hat der Blaze greift bei mir auch so gemacht. Mich verfreundet und dann mit anderen killen. Ne, ne. Wie viel hat er denn gekriegt? Ja, aber du hast ihn nach vorne geschossen. Das hat er vorhin bei mir auch gemacht. Da hast du mich auch nach vorne geschossen. Ja, das hilft. So, dann ab in die Mitte. Jo, ich bin schon wieder da. Das ist der Blaze Boost. Die sonst irgendwann mal mit umboostet. Ja. Da ist einer in der Mitte. Wir kommen. Kleinen Moment. Rent nach Westen raus. Also eigentlich rennt er auf euch zu, wenn ihr einfach wieder zurückgegangen seid. Ne, wir sind nicht einfach so zurückgegangen. Wir sind einfach nur noch sonst dazugelaufen. Also genauso wie ich. Der haut ab. Der haut ab. Lass ihn abhauen. Oh, wir haben ihn getroffen, Leute. Mit dem Pfeil schon ewig weit weg. Kommst du wieder in der Mitte? Ja, ich bin in der Mitte. Hat jemand Diamanten oder sowas? Ne, ne? Ne. Diamanten sind heute auf der Map aus. Ich glaube auch. Ausverkauft. Miffi hat es in der letzten Map zu sehr übertrieben mit den Diamanten, ne? Ja, leider. Wie viele leben denn noch außerhalb von uns? Zwei. Zwei, ja. Siehst du richtig. Man muss da immer Bounty bei euch über dem Kopf stehen, da kriege ich Hunger. Ja, irgendwie schon. Ich trinke was. Außerhalb habe ich sogar in der Packung davon hier liegen. Ich habe noch Bounty-Eis im Gefrierfach. Oh, geil. Und Snickers-Eis. Oh, lecker. Aua. Oh. Rassert, du Arsch. Bitte. Ich habe nichts gemacht. Wie muss man das denn anordnen, dass man daraus eine Pfeile machen kann? Ähm, oben Flint. Äh, ne. Oben Flint, genau. Das war der Pfeil hier unten hingepackt. So. Möchtest du denn eine Federspitze haben? Ne. Ich habe jetzt 35 Pfeile, das reicht wieder. Ich habe nur sechs. So. Noch eine Eisenhose, dann bin ich zufrieden. Noch ein Dier-Schwert, dann bin ich zufrieden. Ich würde Eisen, Brust und Hose nehmen. Dann habe ich alles auf Eis. Ich habe ja nur Kette an. Brauche ich ja noch ein Feuerzeug, das wäre auch noch ganz nett. Jetzt könnte ich mir, könnte ich zwei Stück vom Craften. Gucken wir gleich mal, was wir einen Eisenbarren vielleicht noch kriegen. Boah, wer war jetzt so schnell und hat den Dier geklaut? Na, wer wohl? Mifi. Du bist drin. Hat dir mal was Brauchbares gefunden? Ja, Mifi. Ein Dier. Ein Dier, ja. Ein Dier bringt mir auch nicht viel. Nö, ich komme mir wieder. Ich gehe mal eben schon ins Haus. Ich komme mir wieder. Boah, lacht das, ey. Lackt das für euch auch gerade so? Nö. Nö. Kann mich kaum bewegen. Was ist denn jetzt? Es lacht beim Beefy. Ich lacht in die Beefy. Wer hätte gern mehr Beefy. Jetzt geht's. Wenn wer in die Mitte kommt, sagt Bescheid, ich bin gerade in einem Haus. In der Mitte ist gerade kein Gamer. Ich bin auch im Haus. Und ich backe irgendwie einen Boden rum, glaube ich. Das war ja nichts Gutes, wir haben ja nichts Gutes drin gelassen, oder? Nö, ich glaube nicht. Bisschen Eisenzeug vielleicht, oder... Ne, Kettezeug war das, glaube ich. Kette war das, ja. Also für mich ist es gerade unmöglich zu spielen, so. Ich werde die ganze Zeit zurückgesetzt. Ja, das liegt dann im Dia, weil du mir den geklaut hast. Ja, das wird sein. Schmeiß ihn einfach weg und gib ihn mir, dann geht das wieder. Weißt du, was schlimm ist, wenn das wirklich so ist? Dann wird man bestraft für seine Gestandtaten. Ich habe einen Verzaubungstisch gefunden. Kannst du ja mal probieren mit 0 Level. Ja, das ist das Schwierige daran. Sonst wäre es ja auch einfach. Ich muss mich springen ins Vorbewegen, dann geht das. 15 Minuten noch bis Deathmatch. Oh, shit. Er ist jetzt gestorben. Bist du halt in meinem Haus, Blaze? Ja. Gut. Ja, die bekämpfen sich auch noch gegenseitig. Dann ist ja nur noch einer da, den wir behauen müssen. Ich habe noch einen Eisenbanken gefunden. Yeah. Ja, die Eisenbahnen finden wir, glaube ich, gerade alle. Ich habe ihn gefunden, er ist in der Mitte. Eile. Eile. Er hat schon sechs Pfeile von mir abgekriegt. Und jetzt rennt er weg wie so ein Hamster. Er soll mal stehen bleiben. Er rennt nach Norden weg. Wo ist er hin? Da hin. Na, Strauße entlang. Ja. Ohne Feigenuss. Nein, wir können ja mal engen Kurven rennen. Irgendwann holen wir ihn automatisch ein. Hüpft, die hüpft, die hüpft. Wenn du hinter ihm her, ich gehe mal rechts rum. Um das Haus. Hüpft, die hüpft, die hüpft. Er geht rechts rum, ja. Ja, er geht auch rechts rum. Jupp. Sehr gut. Wo ist denn der jetzt? Hinten am Haus gerade. Ah. Hinter welchem Haus ist er denn? Man hat schon wieder einmal getroffen, der rennt mal wieder ein bisschen. Hat da was zu tun. Er dreht um. Blaze, schlag mich mal. Danke. Wenn du dran kommst, mach mal bitte. Der Boost. Der Blaze Boost. Ach Blaze, jetzt habe ich dich geschlagen. Wir kriegen den, der ist aber hartnäckig. Und wie viel der aushält vor allen Dingen. Das ist ja schrecklich. Wo ist eigentlich der Miffy? Ich kriege ihn, ich kann ihn von vorne wahrscheinlich den Weg abschneiden. Er ist jetzt in der Mitte gleich wieder. Ich kann ihn von vorne wahrscheinlich den Weg abschneiden. Wo ist er denn jetzt? Hä? Wo ist er? Hinter dir. Ach, da hat er sich versteckt. Schlag mal den Blaze. Schlag den Blaze, dann geht er weiter vorne. Der hört nicht auf mich. Mist. Sonst kriegen wir ihn nie eingeholt. Den kriegen wir. Der denkt sich jetzt auch, warum rennen die alle hinter mir her? Fuck. Da darfst du nicht hüpfen. Ja, da darfst du nicht hüpfen. Der muss doch mal irgendwann was essen, oder? Eigentlich schon. Das Problem ist, wir auch. Ich krieg den noch. Wie wir alle drei hintereinander herrennen hier. Oh, der Nese. Oh, jetzt rennt er nicht linksrum ins Parkhaus rein, oder? Doch, der rennt hoch. Ja, da kommt er nicht mehr raus. Dann springt er wieder runter. Er hat uns ausgetrickst. Vorher runtergesprungen. Wo denn? Los. Hast du den DIA aufgehoben? Du Schwein, den wollte ich haben. Nein, wir werden uns ja nicht mit DIA prügeln, ne? Das ist kein DIA. Der Miki hat den aufgehoben. Nein. Wer sonst? Den habe ich nicht aufgehoben. Oh, doch. Aber wir prügeln uns aber nicht mit DIA-Schwert. Das wäre unfair, weil wir alle... Nein, ich schmeiß die DIAs gerade weg. Das ist so gar nicht. Da läuft noch eine Eisenbrust. Wollen wir wetten? Guck mal, ab ins Feuer. Wui. Machst du Feuer? Ja. Packer Feuer. Vielleicht sieht nicht keiner Eisenbrust rum, ne? So, wollen wir uns prügeln? Prügeln, prügeln, prügeln. Wo bist du denn, Mifi? Mifi, wo bist du? Bin oben. Wo oben? Ist eh gleich der Smatch. Ja. Einfach alle gegen andere, unkondiniert, oder? Können wir. Okay, jeder gegen gehen. Einfach drauf. Egal gegen wen. Oh, ich stehe in der Mitte. Super. Achso, das dauert jetzt noch 10 Sekunden. Goldene Abflasche genommen? Nein. Das ist unfair, ich habe keinen. Typisch. Der hat mit unfairen Mitteln gespielt. Und Russell hat sich mal wieder schön fein rausgehalten, ne? Ich habe mit dem Pfeil auf euch geschossen, auf beide. Ah! Ah! Nein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!